Musik Moin moin an alle da draußen, was geht bei euch? Ähm, jetzt hab ich Faden verloren. Das Video fängt ja schon mal sehr gut an. Ach ja, was ich ja sagen wollte. Am 21. Mai, nein, von 20. bis zum 22. Mai, ähm, ist in Bünde das sogenannte Frühlingsfest. Weil Frühling und, naja, gut, das Wetter dementsprechend, also bei mir ist es jetzt gerade am Regnen. Ich wundervoll, dass ich überhaupt so viel Licht in der Bude hab. Wahrscheinlich wieder das Video total überbeleuchtet. Ähm, ja, und manche Leute über Skype haben mich schon angefragt, ja, wie sieht denn das mal aus mit so Fantreffen etc. pp. Da hab ich so gesagt, ja, an sich kein Thema. Nur dann sollte ich auch schon was in der Nähe los sein. Und der, das Frühlingsfest ist der perfekte Zeitpunkt dafür. Ähm, und deswegen würde ich mal sagen, wenn ihr Bock habt, mir zusammen ein Video zu drehen, weil der Dre kommt auch mit, also mein Kameramann sozusagen. Naja gut, er hat sich einfach dazu gemacht. Also, ich hab, ich hab ihn gefragt. Aber er hat gesagt, jo, mach auf mich. Ähm, ja, wenn er Bock habt, kommt am 21. Mai. Nach Bünde. Ich bin, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wann fängt das da denn immer nachmittags an. Also, sagen wir mal, treffen von 12 bis 2, also von 12 Uhr bis 14 Uhr, ähm, am Bahnhof hier in Bünde, wenn ihr mit dem Zug kommt, weil der gute Herr, äh, der mich gefragt hat, der kommt aus Bochum, oder Stadtteil von Bochum. Aber gut, vielleicht kommen auch welche von meinen Kumpels aus Gladbach runter. Also, von, von Kartenspielen. Ähm, ja, wie gesagt, von 12 bis 2 treffen uns dann am Bahnhof an. Gehen wir irgendwie mal rüber oder sowas, wenn nicht zu spät kommt, direkt seht ihr mich ja irgendwo in der Menschenmasse. Dann gehen wir da mal ein bisschen rüber, gucken uns die ganzen Bruten mal an, fahren ein bisschen Karussell oder sowas. Gut, Karussell. Kinderkarussell, genau, ich fahre in dem Kinderkarussell. Oh, Gottes Willen. Ja, wie gesagt, dann machen wir mal ein bisschen Videomaterial zusammen und, äh, ja. Dann gucken wir mal, was sich für den Tag noch so ergibt. Bis abends werde ich wahrscheinlich da sein, so bis 18, 19 Uhr. Weil abends wollte ich auch noch woanders hin. Ein bisschen gattel. Ja, wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Wie gesagt, äh, Bünde Bahnhof, 12 bis 14 Uhr werde ich da sein und dann mache ich den Sittich über den Daumen. Oder schreibt mal einfach in die Kommentare, ob ihr auch kommen wollt. Ja gut, bei Kommentaren, naja, sieht in letzter Zeit ziemlich ärmlich aus. Momentan ist nur einer am Schreiben und ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie Fragen sind, Anregungen oder Hate-Kommentare. Da kann ich nicht so ganz dupfen. Gut, überlege ich mir auch nicht groß, ich antworte einfach drauf, und dann ist gut, ähm, ja, damit wäre an sich alles gesagt. Ich könnte ein Kamussell fahren, vielleicht, wenn der Altgenuss da könnte, beim Wesen zusammentrinken und Bratwurst essen, äh, oder irgendwas anders, es gibt ja genug Möglichkeiten, aber wir gehen an eine Losbude oder Schießbude oder sowas. Haha, Schießbude, da ich ja auch so der Ego-Shooter, Crack-Bing, schieße ich natürlich alles über den Haufen, also an der Schießbude dann. Ja, das war's im Großen und Ganzen, ähm, die Ankündigung steht, schreibt mir unten in die Kommentare, ob ihr Interesse habt, da auch hinzukommen, da können wir ein bisschen quaken, das sagte ich auch schon fünfmal. Gut, dann verabschiede ich mich, wünsche euch noch einen traumhaften Tag und sage, auf Wiedergeschaut.